Anna entdeckt den schönsten Beruf der Welt. Pflegen kindgerechter Kehrt. Dieses Kinderbuch macht den häufig unterschätzten Beruf der Krankenpflege im Alten- und Pflegebereich für Kinder fassbar. Wir sind überzeugt, erst wenn wir Dinge beschreiben können, kann der Beruf der Krankenpflege verstanden werden. Krankenpflege setzt fachliches Wissen, Psychologie, Ethik und Kommunikationskompetenz situativ angepasst zum Wohl für uns alle ein. Viel Spaß beim Entdecken des Berufs der Krankenpflegerin und des Krankenpflegers. Eine Geschichte von Christiane Tautzer mit Bildern von Barbara Kempter, gelesen von Domfahrer Toni Faber. Anna kommt gerade aus der Schule, als ihre Nachbarin Frau Friedrich mit Hilfe von zwei Sanitätern in ein Rettungsauto steigt. Hallo Frau Friedrich, sagt Anna. Warum müssen Sie denn ins Spital? Frau Friedrich starrt nur geradeaus. Auch als Anna an die Scheibe klopft, dreht sie nicht einmal den Kopf. Einer der Männer erklärt Anna, dass er Frau Friedrich nun ins Pflegeheim fahre. Was das bedeute, will Anna von Mama wissen, die schon mit den Mietergästen auf sie wartet. Frau Friedrich war lange im Spital, erklärt Mama. Ihr Körper ist schon über 80 Jahre in Betrieb. Einiges funktioniert nicht mehr so gut. Ihr Herz ist schwach und sie ist oft verwirrt. Sie kann nicht mehr alleine leben und braucht Hilfe im Alltag. Anna fragt Mama. Warum können wir uns nicht um sie kümmern? Wir sind keine Pflegerinnen, sagt Mama. Ich bin Lehrerin und du bist Schülerin. Krankenpflege ist ein eigener Beruf, der viel Wissen erfordert. Mama verspricht Anna, dass sie Frau Friedrich bald im Hain besuchen werden. Anna geht in ihr Zimmer und malt für Frau Friedrich ein Bild. Sie malt eine blaue Küche und fliegende Palatschinken. Früher, als Anna kleiner war, passte Frau Friedrich manchmal auf sie auf. Dann machten sie immer zusammen Zebra, Palatschinken. Anna wird traurig, wenn sie daran denkt, dass sie Frau Friedrich nie wieder in ihrer Himmelsküche besuchen kann. Jetzt, wo sie im Heim ist. Was, wenn sie dort nicht sein will und ihr Zuhause vermisst? Anna macht sich Sorgen. Am Samstag fahren Anna und Mama in das Pflegeheim, in dem Frau Friedrich jetzt lebt. Hallo, Frau Friedrich, sagt Anna und hält ihr das Bild hin. Aber Frau Friedrich bewegt sich nicht. Ist sie tot? flüstert Anna. Mama schüttelt den Kopf. Was hat sie? fragt Anna. Warum erkennt sie mich denn nicht? Sie ist enttäuscht und will nur weg aus diesem Zimmer, weg von dieser Frau, die nicht mehr Frau Friedrich ist. Sie zieht Mama aus dem Zimmer und schubst sie auf den Gang. Oh, Entschuldigung, sagt Mama, die mit einer jungen Frau zusammengestoßen ist. Frau Lehrerin Hanke? fragt die junge Frau. Mama nickt. Froni, bist du das? Die bin ich, antwortet Froni erfreut. Sie waren meine Lieblingslehrerin. Wolltest du nicht nach der Schule in einem Büro arbeiten? fragt Mama. Ach, das war nichts für mich erzählt, Froni. Ich habe nach kurzer Zeit gemerkt, dass ich mit Menschen und nicht mit Zetteln arbeiten möchte. Und wie heißt dein Beruf, will Anna wissen? Bist du jetzt eine Menschenarbeiterin? Froni lacht. Ja, so kann man auch dazu sagen. Eigentlich bin ich diplomierte Krankenpflegerin. Und was bedeutet das? will Anna wissen. Komm, sagt Froni. Ich zeige es dir. Hier sieht es fast so aus wie in einem Hotel, staunt Anna. Froni lacht. Du hast ein bisschen recht. Eines haben ein Pflegeheim und ein Hotel wirklich gemeinsam. Die Gäste sollen zufrieden sein und sich wohlfühlen. Ich bin dafür zuständig, dass es ihnen gut geht. Anna hilft Froni, das Essen auszuteilen. Ein grauhaariger, großer Mann schimpft laut, dass man auf ihn vergessen habe. Es sei Mittag und er liege noch immer im Bett. Er schnaukt und erinnert Anna an einen wütenden Drachen. Sie hat ein bisschen Angst vor ihm. Froni sagt lachend. Ja, Herr Brunner. Schön, dass Sie pünktlich zum Mittagessen aufgewacht sind. Haben Sie gestern wieder lange fern gesehen? Lief ein spannender Krimi? Herr Brunner nickt und schmunzelt. Na, dann schaukeln wir Sie jetzt mal daraus, sagt Froni. Sonst wird das Wiener Schnitzel noch kalt. Anna hat sich wohl verhört. Hat Froni wirklich schaukeln gesagt? Tatsächlich. Das ist ein Hebelifter, erklärt Froni. Damit kann man Menschen aus dem Bett helfen, ohne ihnen wehzutun. Geschickt rollt sie Herrn Brunner in den Hängesessel und auf Knopfdruck zieht ihn der Kran aus dem Bett. Sanft senkt ihn Froni auf den Stuhl ab, der vor dem Tisch steht. Guten Appetit, sagt sie. In einem anderen Zimmer klagt Frau Elfriede über Schmerzen in der Hand. Sie weigert sich zu essen. Die Suppe auf ihrem Tisch ist unberührt. Froni setzt sich neben sie und knetet ihr sanft die knorigen Finger. Dazu summt sie ein Lied. Anna sieht, wie sich das Gesicht von Frau Elfriede entspannt. Mit einer Hand massiert Froni, mit der anderen fühlt sie einen Löffel nach dem anderen zu Frau Elfriedes Mund. Aber sie wollte doch gar nicht essen, sagt Anna. Sie wollte schon, entgegnet Froni, aber sie war durch die Schmerzen abgelenkt. Ich habe ihr zugehört und mir Zeit für ihr Problem genommen. Anna überlegt, was sie gemacht hätte. Wahrscheinlich hätte sie die Suppe wieder mitgenommen und die Frau wäre hungrig geblieben. Anna will wissen, ob Froni mit allen Heimbewohnern befreundet ist. Froni überlegt, kurz bevor sie antwortet, Wenn man alt ist, tut es gut, einen Freund oder eine Freundin zu haben, wie einen verstehen oder es zumindest versuchen. Also ja, ich bin mit allen hier befreundet. Ich war auch einmal mit Frau Friedrich befreundet, sagt Anna leise. Und erzählt Froni von der blauen Küche und von den Zebra-Ballaginten. Aber jetzt will sie nichts mehr von mir wissen. Sie spürt einen Knödel im Hals. Froni nimmt Anna bei der Hand und gemeinsam gehen sie zurück zu Frau Friedrich ins Zimmer. Wie gut es hier noch Kuchen duftet, sagt Froni. Sie hält die Nase in die Luft und schnuppert. Riechen Sie das auch, Frau Friedrich? In der Küche ist wohl gerade der neue Backofen eingeweiht worden. Die Dame hebt ein wenig den Kopf. Froni umfasst behutsam Frau Friedrichs Hand. Sie haben aber ein kaltes Händchen, scherzt sie und tauscht ihre Hand gegen Annas aus. Anna spürt die faltige, kühle Haut auf ihrer glatten, warmen Handfläche. Hallo, flüstert sie. Ich bin's, die Anna von Tür Nummer 9. Erinnern Sie sich an unsere Zebra-Ballaginten? Die haben noch besser gerochen als der Kuchen. Da lächelt Frau Friedrich und Anna spürt einen leichten Händedruck. Im Auto ist Anna nachdenklich. Fronis Arbeit ist eine gute Arbeit, sagt sie. Wie sichere Handgriffe sind und wie freundlich sie mit den Leuten umgeht, auch wenn sie krankig sind. Das liegt daran, dass Fronis in ihrer Ausbildung gelernt hat, wie das geht, erklärt Mama. Sie weiß viel über den Körper des Menschen. Das ist ein Teil ihres Berufs. Anna will wissen, was Fronis Arbeit von den anderen Menschen unterscheidet. Mama erklärt, ein Arzt oder eine Ärztin versuchen den Körper zu heilen. Froni pflegt, unterstützt und kümmert sich um die Sorgen der alten und kranken Menschen. Wenn jemand im Wohnbereich verwirrt, verängstigt, zornig oder traurig ist, dann nimmt sie diese Gefühle ernst und setzt sich zu ihm. Die Arbeit von Froni ist schön und wichtig und sie macht glücklich. Das habe ich gespürt, sagt Anna. Jeder von uns wird einmal alt und braucht vielleicht Hilfe. Es ist gut, dass es so einen Beruf gibt, erklärt Annas Mutter. Wenn ich einmal groß bin, dann werde ich auch eine Menschenarbeiterin, sagt Anna.